hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute geht es um glacia die haben eine neue singe herausgebracht und zwar can sao domar das ganze wurde über bright and joy music veröffentlicht wir reden über eine symphonic metal band aus portugal und was wir zu dieser single zu diesem song zu sagen haben das erfahrt ihr jetzt can sao domar klingt gesanglich wie von einem anderen stern ein monument nichts weniger die geniale komposition bewegenden gitarrenparts und bombastischen arrangements tut ihr übriges wobei insbesondere can sao domar von erhabener schönheit ist nicht zuletzt aufgrund eduarda sueros unverwechselbarer intonation das war es auch schon wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst einen daumen da schreibt was in die kommentare oder abonniert unseren kanal bis zum nächsten mal macht's gut